In diesem Video geht es darum, die Messenger- und Videochat-Funktion unserer Cloud zu benutzen. Wenn wir uns eingeloggt haben, sind wir meistens hier in dem Dateienbereich. Nebendran gibt es den Talk-Bereich. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Hier finden wir unseren Messenger. Das heißt, wir können hier einen Text-Chat aufmachen, der auch mit der schon beschriebenen App für Mobilgeräte funktioniert. Oder wir können hier auch eine Videounterhaltung starten. Wenn man sich zum ersten Mal anmeldet, ist diese Seite hier relativ leer. Hier gibt es ein paar Informationen zu dieser Abteilung, zu dieser Talk-Abteilung. Das kann man sich angucken, kann man aber auch löschen, indem man diese Unterhaltung verlassen hier anklickt. So, um jetzt zu starten, brauche ich erstmal eine Unterhaltung. Die kann ich hier oben über diesen Plus-Knopf anlegen und vergebe dieser Unterhaltung mal einen Namen, die Test-Unterhaltung. In unserem Fall kommt es wahrscheinlich oft vor, dass wir mit Leuten außerhalb dieser Cloud, die hier noch keinen Zugang haben, kommunizieren wollen, heißt unseren Schülern zum Beispiel. Dann erlauben wir Gästen die Teilnahme per Link. Wir setzen hier einen Haken. Passwortschutz kann man machen, ist wahrscheinlich in den meisten Fällen jetzt in unserem Fall nicht nötig. Teilnehmer hinzufügen, kann man klicken, muss man aber nicht. Man kann jetzt auch einfach sagen, ich habe jetzt niemanden, zum Beispiel hier den Sven Edler, kann ich hier jetzt einfach sagen, der gehört zur Unterhaltung dazu. Der wird dann auch angerufen, beziehungsweise sein Mobiltelefon und die App klingelt, wenn man diesen Anruf startet. Könnte man jetzt hier so dazunehmen und sagen, Unterhaltung erstellen. Oder in unserem Fall, wie wir es wahrscheinlich am meisten brauchen, sagen wir einfach, wählen wir keinen aus und sagen Unterhaltung erstellen. Dann können wir uns unter diesem Knopf den Unterhaltungslink kopieren. Das heißt, wenn wir da draufklicken, wird der Link in die Zwischenablage kopiert. Aus der Zwischenablage, das ist so ein Zwischenspeicher, kann ich ihn dann in jeder beliebigen Anwendung einfach mit STRG-V als Tastenkombination oder mit der rechten Maustaste irgendwo ins Leere klicken und in dem Kontextmenü Einfügen auswählen. In beliebige E-Mail einfügen oder wo auch immer ich ihn hin speichern möchte. Diesen Link kann ich dann unseren Schülern zukommen lassen und sagen, hier, gib den Link im Browser ein, beziehungsweise klick in der E-Mail drauf und schon sind sie mit dabei, ohne dass sie sich bei unserer Cloud anmelden müssen. Dann wird das hier geschlossen und ich kann jetzt diesen Anruf starten. Beim Anruf starten kann es sein, dass der Browser nach einer Erlaubnis fragt, um auf das Mikrofon und die Kamera zuzugreifen. Das muss man erlauben, sonst könnte man nicht sprechen oder die Kamera benutzen. So, jetzt bin ich hier unten zu sehen und wir können diesen Link noch einmal kopieren, falls wir ihn vergessen haben oder er nicht mehr in der Zwischenablage ist. Und sobald der Schüler diesen Link anklickt oder in seinem Browser eingibt, erscheint er dann hier in diesem großen schwarzen Feld. Falls es mehrere sind, wir sind in der Lage, da auch zwei, drei oder vier Leute gleichzeitig anzurufen. Kann man hier oben die Kachelansicht anschalten und dann hat man vier verschiedene Felder, in denen dann die verschiedenen Teilnehmer sind. Gleichzeitig kann ich hier in diesem Feld hier unten auch eine Nachricht schreiben und das funktioniert wie in jedem anderen Messenger auch. Ich kann auch Emojis benutzen, ich kann auch Dateianhänge benutzen. Das heißt, wenn ich Dateien in der Cloud habe, in unserem Dateienbereich, also hier, kann ich hier auch Dateien auswählen, die ich dort schon habe oder auch ganz neue Dateien hochladen. Wenn ich hier drauf klicke, sehe ich dann meine Festplatte, kann eine Datei auswählen und dann diese hochladen. In dem Bereich kann ich die Teilnehmer nochmal bearbeiten, falls ich jetzt merke, ah doch, ich hätte doch gern den Sven Edler mit dabei in dem Anruf normalerweise. Dann kriegt Sven Edler auch direkt eine Nachricht auf sein Mobiltelefon, dass man jetzt eingeladen wurde, an dieser Gruppenunterhaltung teilzunehmen. Man kann die Teilnehmer auch wieder entfernen und das sind erstmal die wichtigsten Funktionen für diese Video-Chat-App. Anruf verlassen, beendet den Anruf. Ich kann weiterhin hier in diesem Textfeld bla bla mit dem Teilnehmer chatten und das war auch schon die kurze Einführung in den Bereich Talk, also den Messenger-Video-Chat-Dienst unserer Cloud-Anwendung. Bei Fragen gerne in die Kommentare schreiben, dann beantworte ich die so schnell ich kann. Das war schon ein bisschen. Und das war schon sehr wichtig. Danke. Danke.